Und Swipe! Swipe? Ja. Hallo, hallo, hallo! Hier ist wieder Schoki Banoki mit einem Reaction-Video. Reaction schonungslos. Wir gucken uns heute wieder ein Video von Katja Krasserwitze an. Und Achtung, er fällt langsam von unten hoch. Der Buzzer. Wir spielen heute wieder Katja Krasserwitze Bullshit-Bingo. Immer wenn sie was Sexistisches oder was Anzügliches sagt, dann... Ja, genau. Jetzt kommt erstmal unser Intro und dann gehen wir direkt zu Katja rüber. Ja, und überblenden. Swipe? Nee, nicht Swipe, das war überblenden. Papierst du nicht den Unterschied, ne? Na ja, komm, was soll's. Bist ja auch nur ein Gedankenleser. Achso, ja. Ja. Marc Hagenbeck und Sashi heute hier. Und jetzt kommt Swipe. Swipe? Ja, genau. Und wir gucken Katja Krasserwitze das Video Hi-Hater. 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 Also sowas wie Hallo, Hasser. Hallo, ihr Hasser. Achso. Ja, jetzt kommt erstmal natürlich die Boss-Bitch-Werbung von ihr. Ist klar. Gucken wir mal, was passiert hier. Und diesmal falle ich nicht drauf. Sie sitzen wieder geil da. Wie geil ich hier sitze. Hi Leute, ich bin die Dore, Katja. Und ihr seid hier auf meinem neuen Kanal. Eigentlich könnte ich heulen. Eigentlich würde es mich nicht umbringen. Aber ich sitze hier und lächle. Weil ihr die Einzelnen seid, die mir noch Kraft geben. Sie sitzt nicht so geil da. Alter, pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Also jetzt ist der Spaß nochmal vorbei. Nee, das meine ich jetzt vollkommen ernst. Was denn? Hier mit Suizid und so einem Scheiß. Wegen so einem Mist. Hier. Jetzt, ihr müsst mich eigentlich umbringen. Ich hab meinen Kanal verloren. Das ist echt beschissen. Meine Meinung. Ja, gut. Nee, das war kein sexistisches Ding. Psst. Jetzt. Hier, weiter geht's. Und jetzt ist zwei Wochen vergangen. Mein 80.000 Euro Video. Übrigens hab ich von voll viel gehört, dass es mir niemals 80.000 Euro kosten könnte. Leute, dann habt ihr aber noch nie was mit dem Sieg zu tun gehabt. Die Videos von, äh, die Videos, die für euch billig wirken, kostet 23.000 Euro. Es kommt immer darauf an, was man alles macht. Wenn ihr Bock habt, dass ich mal das zum Video mache und euch alles auflöste, mitbeweisen, wenn ihr Bock drauf habt, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Aber darum geht's ja jetzt erstmal nicht. Mein Video ist, wie gesagt, weg. 80.000 Euro weg. Arbeit weg. Herz weg. Ja, komm, sag mal, was versaut ist. Aber auch egal. Lass uns die Uhrzeit gehen. Und deswegen ist dieser neue Kanal hier. Da. Und ich will einfach, dass ihr die anderen denken, dass wir krass sind. Ich will einfach, dass ihr ausrasten. Abonniert den Kanal. Kommentiert hier. Stress kommt. Soll das 0 zu 0 ausgehen? Das kann ja krass sein, wenn es eine Bullshit-Binge heute. Ich weiß, ich weiß, wir sind jetzt bei 1 Minute 30. Sag doch mal Bubz oder irgendwas. Jogi, du hast doch 30 Sekunden Zeit, um mal Ficken zu sagen. Los jetzt. Du meinst den Schnaps? Ja. Gar nicht klar. Schreibt euren Instagram rein. Schreibt jetzt Hashtag Boss Bitch. Ich unterstütze euch zurück. Zeigt mir, wie ihr am Start seid. Ich zeige euch, wie ich am Start bin. Und mit ein bisschen Glück habe ich auch auf dem anderen Kanal gesagt. Kommt wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht. Sugar Daddy am Sonntag online. Ich hoffe, ihr rastet richtig aus. Ich hoffe. Ich finde es geil, wie sie sich auf den Oberschenkel hauert. Pass auf. Sugar Daddy am Sonntag online. Ich hoffe, ihr rastet richtig aus. Ich hoffe, das lohnt sich, dass wir dann trotzdem weiter durchziehen. Ich hoffe, ich bin euch ein gutes Beispiel darin zu zeigen, dass ihr mal wieder aufsteht, wenn man hinfällt. Und ich liebe euch. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich Sonntag. Ich hoffe, ihr rastet genügend aus. Und dann... Oh, Mann. Das ging 0 zu 0 aus. Das ist doch kacke. Ich habe keinen Bock. Verdammte Scheiße. So macht es echt keinen Spaß. Katja, du kannst doch nicht irgendwie so einen Käse da machen. Ich habe mich so gefreut. Yes, swipe. Ich habe mich so gefreut. Swipe. Auf das Katja, krasser Witze, Bullshit, Bingo. Da sagt ihr noch nicht mal was Anzügliches in diesem Video. Gut, es ging nur eine Minute 30. Aber... Wie fandst du ihr Statement? Beschissen. Wieso? Das war jetzt so, hi, Hater, Mensch, hier, wir stehen wieder auf. Hi, Hater, und ich stehe wieder auf. Motivation. Und wenn ihr mich nicht genügend unterstützt und hier jetzt spammt und das macht und diesmal und das macht, dann bringe ich mich um. Hat sie gesagt? Dann bringe ich mich um. Nee, sie hat nicht gesagt, sie bringt sich um. Sie hat gesagt, sie... Sie hat es so ein bisschen... Moment. Moment, jetzt gucken wir uns um an. Nee, sie hat es nicht direkt gesagt, aber es kommt so unterschwellig. Das will ich mir nochmal angucken. Diese Verzweiflung dieses jungen Mädchens. Was hat sie denn da gesagt? Moment, was hat sie da gesagt? Ich bin die Dore Katja und ihr seid hier auf meinem neuen Kanal. Eigentlich könnte ich heulen und eigentlich müsste ich mich umbringen. Hä? Ja. Eigentlich könnte sie heulen, eigentlich müsste sie sich umbringen. Warum denn? Und Kinder, ich habe es letztens schon mal gesagt, da seht ihr mal wieder, wie wichtig es ist, was ordentliches zu lernen. YouTube-Videos könnt ihr swipe. Immer drehen. Egal, später, aber lernt erstmal was. Dann könnt ihr nämlich dann, wenn euer Kanal down ist, immer nochmal arbeiten. Was hast du eigentlich gelernt? Nix. Ich bin doch hier auf YouTube. Genau. Ja, das war unser Video. Leider ist es kein Bullshit-Bingo geworden. So richtig. 0 zu 0 muss auch mal sein. Wollen wir trotzdem mal buzzern oder ist das scheiße? Wenn dieses Video euch gefallen hat, gebt es ein Like und abonniert auch den Kanal, dann kriegt ihr noch ein bisschen mehr von Schoki bei Noki. Ich bin heute nur zum Bier trinken hier. Ja, genau. Dann sage ich an dieser Stelle, Cheerio, Miss Sophie. Tschüssi Kowski bis Baldinski. Bis zum nächsten Mal. Swipe? Swipe? Ich bin richtig frustriert, wirklich. Ja, das war doch kein richtiges Kassawitze-Fragen. Das war kein, also so kenne ich sie gar nicht. Ne, also so will ich sie auch gar nicht kennen. Ne, so will ich sie auch nicht. Das war schon ein bisschen dürftig jetzt. Sie hat noch nicht mal zum Einstieg gesagt, guck mal wie geil ich hier sitze. Das macht sie sonst immer. Immer sagt sie, wie geil ich hier sitze. Aber diesmal nicht. Nein, jetzt sitze ich mal so geil. Kein Bock mehr. Jetzt mache ich das mal einfach. Dann mache ich das mal einfach.